Hallo! Heute mache ich ein kleines Vlog, wo ich euch zeige, wo ich heute hingehe. Ich gehe heute auf einem Schalböhrernkonzert. Und ja, hoffe es hat euch gefallen. Es ist gerade irgendwie... ...6.50. Ich gehe gerade zur Schule, da kann ich euch nicht mitnehmen. Aber so. Ja. Also. Tschüss! So, ich bin wieder zu Hause. Und mache mir gerade was zum Essen. Ja. Und wie immer nichts zu essen. Ja. Esse ich halt nichts schon. Und da war. Okay. Haben wir das nicht gelesen? Aber du darfst nicht. Ja. Das ist toll. Ich bin keine Mufferin Katze. Und trotzdem lebe ich mein Leben hier. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine Mufferin Katze. Und trotzdem lebe ich mein Leben hier. Eine Nachricht an die Vlogboy. Wer hat die irgendwelche Beatspicken? Ihr wisst nicht, was feeling ist. Und ihr werdet das Leben... Esse. Esse. Ja. Esse. Also, es geht gleich los, gleich haben wir, und, äh, ja, haben wir schon noch fertig gemacht, mit angezogen, habt ihr schöne Onzee, und, ja, jetzt kommt gleich mein Buch. Warte, dein Auto ist doch hier außen nass, ne? Ja. Ja. Vorsicht öffnen jetzt. Auch Corey Taylor hat jetzt angefangen Songs zu schreiben für das neue Jetzt machen wir erstmal das E-Mailet aus und dann machen wir es nochmal an Was? Das Internet hat ausgemacht Und jetzt machst du es wieder an? Manchmal spattest du ein bisschen nach Gegend rum Sollen wir auch auf der anderen Seite? Komm Oh Simonas hat mich angegriffen Oh ich hab so angegriffen meine Schuhe Die sind neu und die sind schön Die waren noch weiß Warum nimmst du auch mal in die Schuhe hierher mit Ja ich dachte dass es nicht regnet Ja Lölchen Ich bin kein Fan von Zippo Ja ich auch Ich bin hoodies besser als Zippo Ja ich auch Ich bin hoodies besser als Zippo Putz ein paar Mal in die Schuhe Ich bin ein Fan von Zippo Ich bin ein Fan von Zippo Ja ich bin ein Fan von Zippo Die sind auch immer noch wie cosplay Ich bin ein Fan von Zippo Und dann sind die Schuhe hier And of course Germany's own Heaven Shall Burn! Hey man, thank you guys so much for coming out tonight. This next song, it's heavy as fuck, it's called Let Me Burn. Sing it in on! The mouth of hell is open wide, you die! WHAT? YOU ARE GOING TO GET OUT OF THE WORLD HEADING! WHAT?! YES, I AM GOING TO GET OUT OF THE WORLD HEADING! TIME TO GET OUT OF THE WORLD HEADING! NOW FOUND THE WORLD HEADING! YOU ARE GOING TO GET OUT OF THE WORLD HEADING! A mortuary, a mortuary! They have to be a man! Hey guys, everybody! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020